Ich kann das nicht glauben, aber es gibt gerade Schoko-Erdbeeren bei Lidl im Supermarkt zu kaufen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann sind das Schoko-Erdbeeren. Deswegen werden wir jetzt jeden einzelnen Lidl abfahren, bis wir diese Dinger finden. Und dann probieren wir sie. Let's go! Ich dachte in den ersten paar Sekunden erst mal, nee, 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 die gibt's hier nicht. Aber dann habe ich diese riesengroße, wunderschöne Regale entdeckt. Und es gab nicht nur Erdbeeren, es gab auch Himbeeren, es gab Nüsse, alles mit Schoko. Ich habe halt gerade wirklich einfach die allerletzte Packung des ganzen Ladens bekommen. Wer will mich eigentlich pranken? Ich habe so glück. Ich muss die jetzt aber direkt einmal wegsnacken. So sieht das aus. Die sind relativ groß. Schon sehr groß, eine. Oh Gott! Ich finde das so geil. Die Erdbeere drin ist so gefriergetrocknet, oder wie das heißt. Deswegen ist auch so ein Crunch, wenn man reinbeißt. Jetzt noch die Himbeeren. Da sind verschiedene Schokoladenarten drin. Vollmilch und weiße Schokolade. Die ist auch riesig. Sorry, aber was für eine gute Idee. Du rennst zu Dino und holt euch diese Dinge, bevor die einfach komplett ausverkauft sind.